Kinematik – die Beschreibung von Bewegungen in der Physik Wir starten jetzt mit dem großen Kapitel der Kinematik, das heißt, wie beschreiben wir in der Physik eigentlich Bewegungen? Wir werden also sehen, wie wir von einer einfachen Bewegung über ein Stromboskopbild zu Ohrzeitdiagrammen kommen und wie wir aus solchen Ohrzeitdiagrammen zu Geschwindigkeit- und Beschleunigungszeitdiagrammen kommen. Und dabei lernen wir schon einen ganz wesentlichen, entscheidenden Basisbaustein für unser Verständnis der Physik, nämlich was bedeutet es eigentlich, wenn physikalische Größen über die Ableitung oder die Integration zusammenhängen. Wie kommt es überhaupt zu diesem Zusammenhang? Das hat damit zu tun, dass man in der Physik eigentlich immer so vorgeht, dass man versucht, möglichst allgemeingültige und breitgültige Zusammenhänge zu finden und nicht versucht für jeden einzelnen Spezialfall irgendwie auch eine einzelne gesonderte Lösung. Das ist so ähnlich wie Pizza backen. Also Sie können unglaublich viele verschiedene Pizzen backen. Pizza Salami, Pizza Verdure, Pizza Margherita. Aber im Grunde besteht jede Pizza einfach daraus, Sie haben einen Hefeteichboden, dann kommt da Tomatensauce drauf und Käse und dann eben irgendetwas anderes. Und genauso macht man das eigentlich in der Physik, also man gibt ein Grundrezept an, wie funktioniert das eigentlich und dann kann man dieses Grundrezept auf alles Mögliche anwenden. Und genauso ist es bei den Bewegungen. Sie werden lernen, wie sie eine x-beliebige Bewegung, ganz egal, ob das eine Kreisbewegung ist, wie die Bewegung des Mondes um die Erde oder aber eine Hin- und Herschwingung, wie die Bewegung eines Fadenpendels oder aber eine ganz normale gleichförmige Bewegung, also eine Bewegung mit konstantem Tempo auf gerader Bahn, wie Sie das alles mit einem und dem gleichen Rezept beschreiben können und dann hinterher nur ein bisschen andere Zutaten da drauf packen müssen, um aus der allgemeinen Form dann die konkrete Bewegung zu erzeugen. Wir beginnen dabei mit einer ganz einfachen Bewegung, sozusagen unserer Pizza Margherita, wo nichts drauf ist. Das ist nämlich die sogenannte gleichförmige Bewegung. Und eine solche Bewegung ist hier oben als Stroboskopbild dargestellt. Wie ist dieses Bild entstanden? Wir haben in unserem Vorlesungshörsaal eine große Luftkissenschiene und auf diese Luftkissenschiene kann man also Wagen packen und die kann man in Bewegung setzen. Und sie bewegen sich dann ziemlich reibungsfrei. Und wir haben auf euch so einen Wagen, so ein kleines weißes Fähnchen gesetzt und davor einen Maßstab gepackt und das Ganze dann mit einem Stroboskop, also einem in regelmäßig blitzenden Lämpchen beleuchtet, so und dann ein Foto mit einer langen Belichtung gemacht. Und so bekommt man dann also die Positionen dieses Wagens zu verschiedenen Zeitpunkten. Dieses Bild habe ich dann mit Hilfe dieses Maßstabes ausgewertet. Das heißt, ich habe die entsprechenden Orte hier zu den verschiedenen Zeitpunkten abgelesen und bestimmt. Dazu habe ich erstmal eine Koordinate und eine positive Koordinatenrichtung festgelegt. Ich habe die Koordinate X genannt und die positive Richtung in die Bewegungsrichtung, das heißt nach rechts gelegt. Und das kann man jetzt grafisch auftragen, wenn man also hier die Orte X in Meter und die zugehörigen Zeiten in Sekunden hier aufträgt, dann bekommt man hier also eine solche gerade Linie. Und das ist die Ort-Zeit-Darstellung dieser Bewegung hier. Wenn diese Ort-Zeit-Darstellung eine Gerade ergibt, dann nennt man eben diese Bewegung hier eine gleichförmige Bewegung. Der Begriff gleichförmig bedeutet in der Physik so etwas wie gleichmäßig oder konstant, wird aber eigentlich nur im Zusammenhang mit Bewegungen verwendet. Wir können jetzt hier durch unsere Punkte eine Gerade legen. Wir sehen also, sie liegen hier alle schön auf einer Gerade. So, eine solche Darstellung, die Ort-Zeit-Darstellung, gibt uns also zuallererst einmal an, zu welchem Zeitpunkt, das heißt wann unser Objekt wo war. Es ist also sozusagen eine Wann-Wo-Darstellung. Hier sehen wir, dass der Zeitabstand zwischen zwei solchen Positionen eine Drittel Sekunde war. Wenn wir hier also genau hinschauen und das abzählen, sehen wir, das ist eine Drittel Sekunde gewesen. Und nun kann man sich natürlich nicht nur fragen, wann war das Objekt wo, sondern man kann sich auch fragen, wie schnell war es denn. Das heißt, wir wollen aus dieser Kurve jetzt die Geschwindigkeit dieses Objektes bestimmen. Und die Geschwindigkeit ist Ortsänderung pro Zeitintervall. Eine Ortsänderung lesen wir also hier jetzt zum Beispiel ab, indem wir hier zwei solche Werte für den Ort bestimmen und das dazugehörige Zeitintervall uns anschauen und dann daraus die Geschwindigkeit berechnen. Die Geschwindigkeit ist hier also nichts anderes als die Steigung dieser Geraden der Ort-Zeit-Kurve. Nehmen wir zum Beispiel die Zeitpunkte 4 und 5, dann bekommen wir hier also die mittlere Geschwindigkeit zwischen diesen beiden Zeitpunkten heraus. Also Ortsdifferenz Delta x durch Zeitdifferenz Delta d. Und das ist nichts anderes hier als die Steigung dieser Geraden. Das können wir natürlich hier für jeden x-beliebigen Ortsänderung machen. Und dann bekommen wir eine analoge Auftragung für die Geschwindigkeit. Hier ist jetzt also die Geschwindigkeit aufgetragen und hier können wir sehen, wann, das lesen wir ja auf der horizontalen Achse ab, wie schnell, das lesen wir auf der vertikalen Achse ab. Hier können wir sehen, also die Geschwindigkeit, die Geschwindigkeiten sind alle relativ gleich, relativ ähnlich. Wenn wir ganz genau hinschauen, dann sehen wir, dass sie hier so ein bisschen kleiner wird, dass es einen ganz Mini-Trend nach unten gibt. Das hat einfach damit zu tun, dass diese Schiene nur sehr näher, also nur näherungsweise reibungsfrei ist, natürlich im Endeffekt doch etwas Reibungskraft da ist, die dann diese Bewegung auch bremst. Auch durch die Geschwindigkeit können wir jetzt eine Kurve legen und diese Kurve ist in guter Näherung eine horizontale Gerade, das heißt eine Konstante. Eine horizontale Gerade ist eine Konstante, das heißt die Geschwindigkeit ist hier konstant. Wir sehen, dass hier die Orte zunehmen, das Objekt bewegt sich in die positive Richtung, das heißt die Ortzeitkurve steigt an. Das führt automatisch auch dazu, dass die Geschwindigkeit hier in diesem Fall dann natürlich einen positiven Wert hat. Ein positiver Wert der Geschwindigkeit zeigt an, dass sich ein Objekt in die positive Koordinatenrichtung bewegt. Das nächste, was wir machen können, ist natürlich uns zu fragen, wie ändert sich denn hier eigentlich die Geschwindigkeit pro Zeitintervall und die Geschwindigkeitsänderung pro Zeitintervall ist ja nichts anderes als die Beschleunigung. Das heißt, jetzt fragen wir nach der Beschleunigung. Und wir gehen genauso vor, wie wir bei der Bestimmung der Geschwindigkeit vorgegangen sind. Das heißt, wir gucken uns also an, wie sieht das aus. Wir nehmen hier mal die Punkte wieder 4, 5. Die Änderung der Geschwindigkeit, also die Steigung hier dieser Kurve an dieser Stelle, die Änderung der Geschwindigkeit, die wir hier ablesen können, durch das zugehörige Zeitintervall, das ist wieder ein Drittel Sekunde, ergibt uns dann die Beschleunigung. Hier ändert sich die Geschwindigkeit natürlich fast gar nicht. Und das bedeutet, die Beschleunigung in diesem Fall ist 0. Wenn wir das wieder für alle Punkte machen, bekommen wir die zugehörige grafische Darstellung der Beschleunigung. Und wir sehen also, das streut hier aufgrund der Messfehler um die 0. So, wenn wir also hier eine konstante Geschwindigkeit haben, dann ist die Beschleunigung 0. Und auch hier können wir natürlich wieder eine gerade durchlegen. Und das ist dann die Nulllinie. Die erste wesentliche Erkenntnis, die Sie hier an dieser Stelle gewinnen sollten, ist, der Zusammenhang zwischen Ort und Geschwindigkeit ist exakt und hundertprozentig der gleiche, wie zwischen Geschwindigkeit und Beschleunigung. Die Geschwindigkeit ist die Ortsänderung pro Zeitintervall und die Beschleunigung ist die Geschwindigkeitsänderung pro Zeitintervall. Es ist also hundertprozentig der gleiche mathematische und der gleiche physikalische Zusammenhang. Das heißt, letztlich steckt die Geschwindigkeit in der Steigung der Ortzeitkurve und die Beschleunigung in der Steigung der Geschwindigkeitszeitkurve. Und das funktioniert eben nicht nur für unsere Pizza Margherita, die wir hier gebacken haben, sondern das funktioniert für jede x-beliebige Bewegung, ganz egal, wie kompliziert sie sein mag. Das schauen wir uns jetzt an der nächsten Bewegung an. Wir belegen also jetzt unsere Pizza Margherita ein bisschen weiter. Das heißt, jetzt haben wir es mit einer sogenannten gleichförmig beschleunigten Bewegung zu tun. Wir haben mal so ein bisschen Beschleunigung dazu gepackt und in unserer Analogie hier also ein bisschen Mozzarella und etwas Basilikum da drauf gepackt. Im Experiment haben wir das gemacht, indem wir also einen kleinen Faden an den Wagen gebunden haben und an den Faden haben wir eine kleine Masse gehängt und dann haben wir hier hinten eine Umlenkrolle und da wurde der Faden drüber gelegt und dann wurde das Gewichtchen losgelassen und dadurch wurde dann ja also dieser Wagen beschleunigt. Im ersten Fall haben wir den Wagen einfach nur mit dem Finger angeschubst. Was ergeben sich also jetzt in diesem Fall für Kurven? Hier ist völlig analog, sind jetzt also die Orte von unserem Fall B hier aufgetragen. Wir sehen also jetzt in diesen hohlen Kringeln die verschiedenen Orte zu den verschiedenen Zeitpunkten und wir sehen in diesem Fall sieht die Kurve anders aus. Es ist also keine Gerade mehr, sondern es ist ja eine gekrümmte Kurve. Ich verrate Ihnen jetzt schon, dass das also eine Parabel ist und keine Gerade mehr. Wir können jetzt völlig analog wie vorher auch für diese Kurve hier jetzt immer aus zwei Ortdifferenzen in einem Zeitintervall die Geschwindigkeiten berechnen. Also das ist hier jetzt dargestellt und nun sehen wir, dass hier die Geschwindigkeit plötzlich eine Gerade wird. Also der Ort ist eine Parabel und die Geschwindigkeitszeitkurve wird eine Gerade. Und wir haben gelernt, die Beschleunigung ist die Steigung der Gerade der Geschwindigkeit. Das heißt, wenn wir uns auch noch die Beschleunigung dazu anholen, also hier wieder die Steigung der Geschwindigkeitsgrade bestimmen, dann stellen wir eben jetzt fest, Aha, das ist jetzt nicht mehr die Nulllinie, sondern wir haben eine positive Beschleunigung. Das sehen wir hier ja auch, weil der Abstand zwischen zwei Orten wird immer größer. Und je größer der Abstand zwischen zwei Orten in dem jeweils gleichen Zeitintervall ist, umso schneller ist natürlich das Objekt. Eine solche Bewegung nennen wir eine gleichförmig beschleunigte Bewegung. Aber eben auch genau für diese Bewegung gilt, Wir können die jeweilige Geschwindigkeit unmittelbar und direkt an der Steigung der Ortzeitkurve ablesen. Und wir können die jeweilige Beschleunigung unmittelbar und direkt an der Steigung der Geschwindigkeitszeitkurve ablesen. Und das ist eben das grundlegende, fundamentale physikalische Konzept, wie wir Bewegungen beschreiben. Das heißt, im Grunde müssen wir in der Lage sein, Kurvensteigungen zu entnehmen und interpretieren zu können, Aha, die Steigung einer Ortzeitkurve ist einfach die Geschwindigkeit und die Steigung einer Geschwindigkeitszeitkurve ist einfach die Beschleunigung. Diese Aussagen, das genau, verbirgt sich hinter der mathematischen Formulierung der allgemeingültigen Zusammenhänge zwischen Ort und Geschwindigkeit. Bevor wir das vertiefen, wollen wir jetzt aber noch einmal unsere Ortzeitkurven und unsere Geschwindigkeitszeitkurven mit unseren Stroboskopbildern vergleichen. Also hier haben wir jetzt zwei Stroboskopbilder, die wir vergleichen können. Und hier sehen wir zum Beispiel an dieser Stelle hier, so dort, da sind ja der Wagen A und der Wagen B am gleichen Ort, so gut wir das beurteilen können. Also, wenn sie am gleichen Ort sind, dann haben sie hier also den gleichen Wert des Ortes. Aber sie sind da nicht gleichzeitig, weil das, was hier dargestellt ist, ist ja nicht unbedingt ein Wettrennen. Es ist ja nicht, sie sind ja nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort, sondern wir können ja mal abzählen. Also immer das erste Bild ist sozusagen Null und dann ein Drittel Sekunde, zwei Drittel Sekunde, drei Drittel Sekunde, vier Drittel Sekunde, fünf Drittel Sekunde. Also hier war das zum Zeitpunkt fünf Drittel Sekunde an dieser Stelle und hier haben wir also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Drittel Sekunde. Also es hat deutlich länger gedauert, bis dieses Objekt, also bis Wagen B dann an dieser Stelle war. Und das sehen wir also hier, gleicher Ort, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Das bedeutet auch dadurch, dass das hier später angekommen ist, dass natürlich die mittlere Geschwindigkeit von Objekt B hier an dieser Stelle kleiner war. Also es hat einfach länger gebraucht, um bis dahin zu gucken. Wenn wir herausfinden wollen, wann waren denn hier die beiden Wagen mal gleich schnell, dann ist also nicht unbedingt, dass sie gleichzeitig gleich schnell waren. Also man darf auch hier wieder nicht wie bei einem Wettrennen gucken, ach, wenn die gleich auf sind, dann sind sie gleich schnell. Nein, sondern die Geschwindigkeit steckt ja hier in diesem Abstand drin. Also man muss jetzt schauen, okay, wo ist denn hier der Abstand zwischen zwei Orten gleich? Und dann sind sie nämlich gleich schnell. So, und dann können wir mal gucken, ob wir das hier sehen können. Also hier ist der Abstand größer als hier. Das heißt dann, dieser hier war das Objekt, war Wagen B schon schneller, ja, als Wagen A. Aber gehen wir mal hier zurück. Also hier sehen wir es für Wagen B, der Abstand zweier Orte etwas kleiner als bei Wagen A. Das heißt, hier war der Wagen B noch langsamer als Wagen A. Und das heißt also, hier in diesem Bereich ist der Abstand in beiden Fällen gleich. Das heißt, hier waren sie gleich schnell. Und wo sie gleich schnell waren, also das ist genau der Schnittpunkt hier dieser beiden Geschwindigkeitskurven. Also zu diesem Zeitpunkt, dort waren die gerade mal gleich schnell. gleiche Geschwindigkeit, also wenn die Abstände gleich sind. Und das können wir tatsächlich auch schon aus unseren Ortzeitkurven ablesen. Da müssen wir nämlich jetzt gucken, wo eigentlich die Steigungen gleich sind. Und die Steigung der Gerade, die kann man ja ganz gut sehen. Und jetzt schauen wir mal, wo war denn unsere Parabel hier etwa genauso steil wie diese Gerade. So, hier ist sie eindeutig viel flacher und hier ist sie eindeutig viel steiler. Und jetzt schauen wir mal, also ungefähr so diese Steigung, die haben wir etwa an dieser Stelle hier. Also so zwischen 3 und 3,5 Sekunden. Und wir sehen, das ist genau der Schnittpunkt da, wo sich dann die beiden Geschwindigkeitskurven schneiden. Also so muss man solche Kurven und so muss man solche Bilder interpretieren. Und dazu habe ich Ihnen jetzt Fragen mitgebracht. Fangen wir mit der ersten Frage an. Das Bild zeigt die Position zweier Körper im Abstand t gleich 0,2 Sekunden. Beide Körper bewegen sich nach rechts. Sind beide Körper irgendwann im gezeigten Zeitraum gleich schnell? Die richtige Antwort ist ja, sie sind es und zwar zwischen den Zeitpunkten 3 und 4, denn hier sind die Abstände zwischen den beiden Orten gleich. Hier ist der Abstand des oberen Objektes kleiner, das heißt, es ist langsamer und hier ist der Abstand des oberen Objektes schon größer, das heißt, es ist schon schneller und dazwischen war es genauso schnell wie das untere Objekt. Schauen wir uns gleich die nächste Frage an. Welche Vt-Kurve passt am besten zum gezeigten Stroboskopbild? Das heißt, welche Geschwindigkeitszeitkurve, die hier dargestellt ist, passt am besten zu dem hier gezeigten Stroboskopbild? Die richtige Antwort ist D, denn wir sehen, hier haben wir am Anfang immer gleiche Abstände, das heißt, hier ist die Geschwindigkeit konstant und dann werden die Abstände schnell kleiner, das heißt, die Geschwindigkeit wird auch kleiner. Und hier ist die Geschwindigkeit am Anfang zwar auch konstant, wird aber größer. Hier nimmt die Geschwindigkeit die ganze Zeit ab, hier nimmt die Geschwindigkeit die ganze Zeit zu und hier ist die Geschwindigkeit am Anfang konstant und wird dann kleiner und das passt genau zu diesem Stroboskopbild. Wenn wir dieses allgemeine Rezept verstanden haben, dann können wir damit im übertragenen Sinne jede Art von Pizzabacken, das heißt, jede Art von Bewegung beschreiben. Die Steigung, die wir jetzt anschaulich verstanden haben, die drückt sich mathematisch durch die Ableitung oder auch Differenzation, das ist also synonymer Begriff für ein und dasselbe, aus. Und die Ableitung ist jetzt erst mal rein mathematisch betrachtet ein Grenzübergang, den man macht und zwar haben wir hier also jetzt eine Funktion f von x, eine mathematische Funktion, die ist hier dargestellt durch diese blaue Kurve und wenn man jetzt die Ableitung dieser Funktion bildet, dann nimmt man erst mal vom Ausgangspunkt her zwei Punkte der Funktion, die in einem Abstand x0 plus Delta x sind und kann dann diese Kantensteigung einfach ausrechnen, weil diese Kante hier eine gerade ist, über Delta f durch Delta x und nun macht man das Delta x immer kleiner und lässt es quasi gegen 0 gehen und dann wird diese Kantensteigung zur Steigung der Tangente genau in diesem Punkt x0. So, das ist also die mathematische Variante. Jetzt müssen wir eben immer wieder in der Lage sein, solche mathematischen Dinge auch auf physikalische Zusammenhänge zu übertragen. Wir haben gesehen, die Geschwindigkeit ist die Steigung der Ort-Zeit-Kurve. Das bedeutet automatisch, wir ersetzen jetzt also diese blaue Kurve durch unsere Ort-Kurve und dann ist die Steigung der Tangente, das heißt die mathematische Ableitung der Ort-Zeit-Kurve, unsere Geschwindigkeit-Zeit-Kurve. Und völlig analog könnten wir jetzt also unsere Funktion f, das heißt die blaue Kurve, durch die Geschwindigkeits-Kurve ersetzen und dann ist eben die Ableitung, das heißt die Steigung der Tangente an der Geschwindigkeits-Zeit-Kurve, die Beschleunigung-Zeit-Kurve. Das ist das fundamentale Prinzip. Wenn wir das also jetzt diesen mathematischen Zusammenhang hier auf die Physik übertragen, finden wir, in der Physik ist die Ableitung, Differenzation, der wichtigste Zusammenhang zwischen physikalischen Größen. f und x in einem solchen mathematischen Ausdruck sind Platzhalter für beliebige physikalische Größen. Die Bedeutung ist die Steigung, das heißt die Änderung der f, der Funktion pro dx bei x. Beispiele eben, die Geschwindigkeit ist die Zeitableitung der Ortskurve, die Beschleunigung ist die Zeitableitung der Geschwindigkeitskurve, aber zum Beispiel auch die Kraft ist einfach die Zeitableitung des Impulses, die elektrische Stromstärke ist die Zeitableitung der Ladung oder die Leistung ist die Zeitableitung der Arbeit oder auch die Kraft ist die Ortsableitung der potenziellen Energie. Es gibt eine Vielzahl physikalischer Zusammenhänge und das sind eben die allgemeinen physikalischen Zusammenhänge, um die es geht und die Sie verstehen sollten und nicht irgendwelche speziellen Pizzen, die Sie backen, wie zum Beispiel V gleich S durch T für die gleichförmige Bewegung oder V gleich A mal T für die gleichförmig beschleunigte Bewegung. Das fundamentale Konzept sieht also anders aus und die große Frage, die natürlich jetzt hier sich stellt und die Sie sich bestimmt alle stellen, ist, wie kommt man denn aus solchen fürchterlich allgemeinen, abstrakten Beschreibungen von Bewegung tatsächlich dann wieder zu so einer ganz konkreten Beschreibung einer Bewegung, wie wir sie in unserer ersten Aufgabe vorgerechnet haben. Also wie kann ich denn mit so einem Ausdruck überhaupt eine konkrete Aufgabe lösen? Ja, da sitzt dann eben meistens genau die große Schwierigkeit, so etwas zu benutzen und so etwas anzuwenden. Ein Beispiel dazu sehen wir gleich. Die schlechte Nachricht ist, wenn man solche Zusammenhänge benutzen möchte, muss man logischerweise ableiten und integrieren können. Die gute Nachricht bei der ganzen Geschichte ist aber, dass eigentlich nur sehr einfache Ableitungen und Integrationen vorkommen. Also schauen Sie sich an, wenn Sie es nicht schon wissen, wie man einfache Funktionen ableitet und integriert. Also zum Beispiel so etwas wie eine Funktion x hoch n. Damit kommen Sie am Anfang total aus. Also es genügt, wenn Sie x hoch n ableiten können. Aber genauso wichtig, wie es ist, dass man das mathematisch durchführen kann, eine Ableitung, ist es eben auch, ein intuitives Gefühl dafür zu entwickeln und ein Gefühl dafür zu bekommen, wofür die Ableitung eben steht, was sie eigentlich bedeutet. Genauso wie Sie eben ein Gefühl dafür haben, warum es weh tut, wenn Sie auf die Nase fallen, müssen Sie ein Gefühl dafür bekommen, was die Ableitung in der Physik eigentlich bedeutet. Wir beginnen erst mal mit der Ableitung einer einfachen Funktion. Funktion, das heißt f' von x für die einfache Funktion x hoch n. Und die Ableitung, also wir können f' von x als df nach dx schreiben. Das sagt uns nämlich, wir sollen die Funktion f nach der Größe x ableiten und jetzt ist unsere Funktion f von x ist gleich x hoch n. So, und die Ableitung, also dieser Funktion f von x, ist also jetzt nichts anderes als n mal x hoch n minus 1. Also als ein Beispiel, f von x ist gleich x hoch 4. Dann folgt daraus, f' von x ist gleich 4x hoch 3. So, das ist im Grunde alles, was Sie brauchen. Und jetzt gucken wir uns ein konkretes Beispiel an, nämlich unsere belegte Pizza, das heißt die gleichförmig beschleunigte Bewegung. Und eine von den Größen, also x von t, v von t oder a von t, muss man ja mal kennen, um diese Zusammenhänge benutzen zu können. Ich kenne sie natürlich alle, aber vielleicht ist es für Sie einfacher, wenn Sie sich also die Ortzeitfunktion merken, obwohl die die längste ist. Die lautet nämlich x0 plus v0 t plus 1,5 a t Quadrat. So, und nun nimmt sozusagen unser t die Rolle hier von dem x ein. Und wenn wir jetzt also hier zum Beispiel die Geschwindigkeit bekommen wollen, aus dieser Ortszeitkurve, dann müssen wir einfach nur diese Ortszeitkurve ableiten, und zwar nach t. Das heißt, es ist v gleich dx nach dt. Also x hat jetzt hier die Rolle von f und t hat jetzt hier die Rolle von x. So, das ist sozusagen die Übertragung dieses mathematischen Zusammenhanges auf die Physik. So, und jetzt müssen wir das ableiten. So, x0 ist eine Konstante und eine Konstante hat die Steigung 0 und deswegen ist auch die Ableitung 0. Und das heißt, das x0 verschwindet einfach so. t selber ist einfach t hoch 1, also einmal t hoch 0 ergibt die Ableitung dann und das ist also dann einfach nur die 1. Das heißt, die Ableitung von v0 t ist einfach v0. So, und 1,5 a t Quadrat, da müssen wir also jetzt die 2 nach vorne schieben. Das heißt, das 1,5 kürzt sich dann damit weg und es bleibt a t über, weil wir 2 minus 1 gleich 1 haben. Das heißt, die Ableitung ist v0 plus a mal t. Damit haben wir die Geschwindigkeitszeitkurve bekommen. Genauso können wir uns auch noch die Beschleunigung holen. So, und die Beschleunigung ist ja jetzt gleich a dv nach dt. Das heißt, jetzt müssen wir diese Kurve nochmal ableiten. Wir haben schon gesehen, die Ableitung einer Konstanten ist 0. Das heißt, dass v0 verschwindet. Und hier, dass die Ableitung von dem t sorgt dafür, dass nur noch die Konstante davor überbleibt. Das heißt, hier bleibt dann nur noch a über. Damit haben wir also Beschleunigung, Geschwindigkeit und Ortzeitkurve für die gleichförmig beschleunigte Bewegung uns hergeleitet. Man kann natürlich die Ableitung auch umkehren. Die Umkehrung der Ableitung ist die Integration. Also, wenn Sie integrieren können, das machen wir dann beim nächsten Mal, da müssen Sie sich natürlich eigentlich nur noch merken, und das ist dann die hohe Kunst und besonders einfach, ach, bei einer gleichförmig beschleunigten Bewegung ist die Beschleunigung eine Konstante. Und dann gewinnen Sie die Geschwindigkeit durch Integration und die Ortszeitkurve durch Integration. Das werden Sie im Laufe der Zeit lernen und dafür ein einfaches Gefühl bekommen, wie die aussehen. Jetzt merken Sie sich, wenn die Ortszeitkurve eine Parabel ist, das ist hier ja eine Parabel, und die Geschwindigkeitskurve eine Gerade ist, das ist hier ja eine Gerade, dann ist die Beschleunigung eine Konstante. Eine solche Bewegung, die gleichförmig beschleunigte Bewegung, wollen wir uns jetzt noch einmal genauer anschauen. Also hier ist sie noch einmal als das bewegte Objekt dargestellt. Und dazu bekommen wir jetzt wieder das Stroboskopbild, indem wir alle Orte dieses Objektes einfach gemeinsam auftragen, also nicht mehr nacheinander, sondern alle gemeinsam. Und wenn wir dieses Stroboskopbild jetzt zeitlich auseinanderziehen, dann haben wir also unsere Ortzeitkurve. Wir können also jetzt diese einzelnen Punkte, die den entsprechenden Orten, also wo war ich wann, entsprechend durch eine durchgezogene Linie darstellen. Also dann haben wir nämlich die Orte des Objektes zu jedem Zeitpunkt. Und das ist eben die Ortszeitfunktion, die ich Ihnen eben gezeigt habe. x von t ist gleich x0 plus v0 t plus 1,5 a t². Und wir wollen uns jetzt noch einmal anschauen, wie man die Konstanten x0, also bei welchem Ort war ich zum Zeitpunkt t gleich 0 und v0, das heißt, welche Geschwindigkeit war zum Zeitpunkt t gleich 0, und die Beschleunigung a aus so einer Kurve bestimmen kann und die entnehmen kann. So, dazu nehmen wir mal die Kurve pur, wie sie ist. Das heißt, wir lassen jetzt die Punkte weg, behalten aber im Hinterkopf, was diese Kurve bedeutet und wie sie entstanden ist und schauen uns jetzt zuallererst einmal an, wie man die Geschwindigkeiten bestimmen kann. Wir müssen also hier jetzt v von t holen und wir wissen schon, dass wir dazu also einfach auf die Steigung dieser Kurve hier gucken müssen. So, hier fällt die Kurve ab, das heißt, sie geht bergab, das heißt, in diesem Fall ist die Steigung negativ und das bedeutet auch, die Geschwindigkeit ist negativ. Denn das Objekt bewegt sich ja am Anfang in die negative x-Richtung. Also immer die Wahl der positiven Koordinatenrichtung bestimmt das Vorzeichen einer Geschwindigkeit. Also bewegt sich das Zeichen in die negative x-Richtung, dann ist die Geschwindigkeit auch negativ. So, ab diesem Zeitpunkt bewegt es sich wieder in die positive Richtung und dann ist die Geschwindigkeit positiv. Das bedeutet, hier steigt ja auch die Ortzeitkurve wieder an. So, wenn wir jetzt einen Zahlenwert oder Zahlenwerte bestimmen wollen, gucken wir einfach nur auf die Steigung. Am einfachsten ist das natürlich hier an dieser Stelle im Minimum oder Maximum einer Kurve zu bestimmen, denn da ist ja, wir müssen auf die Steigung der Tangente gucken, da ist die Tangente horizontal, das heißt, die Steigung ist 0 und das bedeutet, hier ist auch die Geschwindigkeit 0. Wenn wir, haben wir also schon mal einen Punkt unserer Geschwindigkeitskurve. So, jetzt können wir uns einen anderen Punkt aussuchen, also zum Beispiel, wie ist denn die mittlere Geschwindigkeit zwischen dem Zeitpunkt 0 und dem Zeitpunkt 1? Und dazu müssen wir jetzt uns das Delta x, also die Ortsänderung anschauen. Zum Zeitpunkt 1 war der Ort 0 und zum Zeitpunkt 0 war der Ort plus 4. So, und wir müssen immer die Differenz späterer Zeitpunkt zu früheren Zeitpunkt bilden. Das ist wichtig, sonst machen wir einen Vorzeichenfehler. Späterer Zeitpunkt war 0, früherer Zeitpunkt war 4, also ist Delta x 0 minus 4 und das ist gleich minus 4. Und dividieren müssen wir auch wieder durch die spätere Zeit minus frühere Zeit, das heißt, 1 minus 0 ist 1, das heißt, minus 4 durch 1 ist gleich minus 4. Die Geschwindigkeit hier ist also minus 4 in Einheiten dann zum Beispiel Meter pro Sekunde gewesen. Da haben wir also den zweiten Geschwindigkeitswert, der ist minus 4. Und auf diese Art und Weise können wir jetzt natürlich alle möglichen Geschwindigkeitswerte bestimmen, die man hier einfach ablesen kann. Also hier zum Beispiel zwischen 0 und minus 1, da bekommen wir also dann der spätere Zeitpunkt ist 4, der frühere Zeitpunkt war 12. Das liefert dann also 4 minus 12, also minus 8. So, und das Ganze können wir eben auch für die andere Seite machen. Wir sehen also hier in diesem Fall, wenn die Kurve bergauf gibt, gibt es dann natürlich positive Zahlenwerte und so gewinnen wir dann die Geschwindigkeitsgrade, das heißt, die V von T-Kurve. So, im nächsten Schritt gucken wir uns dann eben an, wie sieht es mit der Beschleunigung aus. Die Beschleunigung, da müssen wir jetzt einfach nur auf die Steigung der Geschwindigkeitskurve schauen. Das heißt, hier ist es einfach, denn die ist ja überall gleich. Also für A von T einfach nur die Steigung der Geschwindigkeitskurve bestimmen. Und dann sehen wir also hier, da ist zum Beispiel das Zeitintervall jetzt wieder eine Sekunde, auch hier natürlich immer wieder späterer, minus früherer Zeitpunkt. So, da war die Geschwindigkeit 0 und hier war die Geschwindigkeit minus 4, also 0 minus minus 4 ist plus 4 und dementsprechend ist also hier jetzt die Beschleunigung plus 4 und da die Steigung überall die gleiche ist, ist die Beschleunigung auch überall die gleiche. So, wir sehen also zu so einer Kurve, beispielsweise einer nach oben geöffneten Parabel, gehört auf jeden Fall eine positive Beschleunigung und wir haben hier jetzt zum Beispiel auch schon die Möglichkeit, uns anzuschauen, wie benimmt sich denn die Geschwindigkeit. Also hier haben wir Bereiche mit der negativen Geschwindigkeit, also die Geschwindigkeit hat negative Zahlenwerte, das bedeutet, das Teilchen bewegt sich in die negative x-Richtung. Hier ist die Geschwindigkeit 0, das bedeutet, das Teilchen kehrt seine Bewegungsrichtung um und hier ist die Geschwindigkeit dann positiv, das heißt, es bewegt sich in die positive x-Richtung. So, damit haben wir schon einiges gelernt, aber wir können immer noch nicht die Konstanten unserer Ortzeitkurve angeben, das heißt, uns fehlt noch x0 und uns fehlt noch v0. Nur zu a können wir schon mal etwas sagen, a haben wir an dieser Stelle bestimmt. Gucken wir uns deswegen das nochmal konkreter an, also das ist im Prinzip genau die gleiche Kurve, die hier dargestellt ist, nur was brauchen wir jetzt eigentlich? Wir brauchen die Geschwindigkeit genau an dieser Stelle, bei t gleich 0, das ist nämlich das v0 und wir brauchen den Ort an dieser Stelle, das heißt, bei t gleich 0, das ist nämlich x0. Die mathematische Form einer Parabel ist ja, f von x ist gleich eine Konstante ax² plus eine Konstante bx plus c und jetzt wieder übertragen auf die Physik und unsere Ortzeitfunktion wird also hier f von x zu x von t und dieses große a wird zu ein halb klein a, unserer halben Beschleunigung und das b wird zu unserem v0 und das c wird zu unserem x0. Das x0 ist das einfachste, weil das können wir unmittelbar und direkt hier aus unserer Kurve ablesen, also wo schneidet unsere Kurve die x-Achse bei t gleich 0 und das ist hier einfach plus 4. So, also x0 ist gleich plus 4. Damit haben wir die erste Konstante schon mal bestimmt. So, für unsere Geschwindigkeit v0 können wir natürlich nach demselben Muster, das wir eben gelernt haben, hier die Steigung an der Stelle bei x gleich 0 bestimmen. Das ist die eine Variante, aber viel einfacher ist es, wenn man die Werte gut ablesen kann, einfach die Werte zwischen plus 1 und minus 1 zu nehmen. Nehmen wir also hier mal diese Variante, also bei plus 1 ist der Ort 0 und bei minus 1 ist der Ort 12. Wir müssen auch hier natürlich wieder späterer Zeitpunkt minus früherer Zeitpunkt aber jetzt eben aufpassen, also hier ist jetzt die Zeitdifferenz natürlich 2 und das heißt, wir müssen 12, also 0 minus 12 ergibt, also minus 12 dividiert durch 2 ist minus 6 und damit haben wir v0 gleich minus 6 Meter pro Sekunde schon bestimmt. Und dann haben wir natürlich auch die Geschwindigkeit grundsätzlich immer die Stelle, wo die Geschwindigkeit 0 ist, nämlich genau dort, wo das Minimum oder Maximum unserer Parabel liegt und damit haben wir die zwei Punkte für unsere Geschwindigkeitsgrade, die wir brauchen, um die Beschleunigung zu bestimmen. Also so lassen sich sehr einfach die zugehörigen Parameter aus so einer Kurve ablesen und wir erhalten also in unserem Fall dann a gleich 4 Meter pro Sekunde und haben damit die gesamte Ortszeitfunktion bestimmt. Ganz zum Schluss können wir uns diese Zusammenhänge auch noch mal als Mathematikersimulation anschauen. Wir sehen also hier in schwarz ist die Ortzeitfunktion, in blau die Geschwindigkeitszeitfunktion und in rot die Beschleunigungzeitfunktion gezeigt. Also für diesen Fall der gleichförmig beschleunigten Bewegung ist die Ortszeitfunktion eben immer eine Parabel, die Geschwindigkeit immer eine Gerade und die Beschleunigung immer eine Konstante, schlichtweg, weil die Ableitung einer Parabel eine Gerade ergibt und die Ableitung einer Gerade eine Konstante. So, aber jetzt können wir mal ein bisschen an den Werten spielen. Also was passiert, wenn wir x0 verändern? Wir sehen, es ändert sich einfach nur der Ort bei x gleich 0. Das schiebt also im Grunde die Parabel hoch und runter, mehr macht der Parameter x0 nicht. Der schiebt diese Parabel hoch und runter, aber die Form der Kurve verändert sich nicht. Jetzt können wir schon versuchen herauszufinden, was passiert, wenn wir v0 verändern. Dann muss sich ja hier in irgendeiner Form die Steigung an dieser Stelle ändern und das funktioniert natürlich nur, wenn wir diese Parabel hier verschieben. So, und jetzt ändern wir mal v0. Also jetzt zum Beispiel haben wir den v0 gleich 0. So, jetzt wird v0 größer 0. Also der aufsteigende Ast rutscht jetzt auf die vertikale Achse und wenn wir jetzt das v0 wieder erst mal 0 machen und dann kleiner 0, so, dann rutscht also der andere Ast, schneidet dann die vertikale Achse. So, also das ist die Wirkung des Parameters v0. Aber auch dieser ändert eben die Öffnung der Parabel nicht. Die Öffnung der Parabel wird halt nur durch die Beschleunigung bestimmt. Also wenn wir die Beschleunigung negativ machen, dann ist die Parabel nach unten geöffnet. Wenn die Beschleunigung 0 ist, dann haben wir es mit der gleichförmigen Bewegung zu tun, unserer anfänglichen Pizza Margherita. Und wir sehen jetzt auch die Steigung der Geraden, die dann überbleibt, wenn unser v0 negativ ist, dann ist auch das v hier negativ, dann ist das eine fallende Gerade. Und wenn wir das positiv machen, dann ist das eine steigende Gerade. Und wenn wir jetzt unsere Beschleunigung wieder größer 0 machen, je größer sie ist, umso schmaler wird die Parabel. Und ja, das sind die Zusammenhänge. So, damit möchte ich an dieser Stelle erst mal schließen. Und am Ende habe ich für Sie jetzt noch eine Frage mitgebracht. Und schauen wir mal, ob Sie das hinbekommen. Welches XT-Diagramm passt zu einer gleichförmig beschleunigten Bewegung mit positiven v0 und positiven a? Die richtige Antwort ist hier natürlich die Antwort Nummer b. Denn bei Kurve a haben wir, dass ein v0 das 0 ist, das passt schon mal nicht. Bei Kurve c, da ist die Parabel nach unten geöffnet, das heißt, es ist ein negatives a. Und im Fall d fällt die Kurve bei t gleich 0 ab, das heißt, wir haben ein negatives v0 und nur hier steigt sie bei t gleich 0 an. Das heißt, nur hier haben wir ein positives v0. Ich fasse einmal kurz zusammen. Ich habe Ihnen gezeigt, wie man Bewegungen in der Physik beschreibt, dass man das mit Hilfe der Größen Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung macht und dass diese drei Größen über die Ableitung zusammenhängen. Das bedeutet, man muss immer auf die Steigung der Kurven schauen. Wenn man auf die Steigung der Ortszeitkurve schaut, bekommt man die Geschwindigkeitszeitkurve. Wenn man auf die Steigung der Geschwindigkeitszeitkurve schaut, bekommt man die Beschleunigungszeitkurve. Wir haben das am Beispiel der gleichförmig beschleunigten Bewegung mit einer konstanten Beschleunigung vertieft, aber wir werden bald sehen, dass das für jede Art von Bewegung gilt und funktioniert.